hier kann bolzen oder so anfertigen ja guck mal was kann man denn hier noch machen reiseanzug verbrauchsgegenstände ok munition heiltrank metall dübel diese metall dübel dienen dem bau oder der reparatur von holzmöbeln ja super das handwerke ich mach das habe ich ja schon gesehen also ich brauche ein roheisenherz das ist ja schön so 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 und da ist ja der charlatan von dem erzählt wurde so 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 I am so close to finding the cure, but the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A file only costs a few coins and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything! Absolutely everything! Except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right! It's a deal! I'm gonna take two! There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now! There won't be enough for anyone! There he is. He's our man, no doubt. His speech is well polished. I even feel like buying some. And if we had a word with him? Ah, you're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with the charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to supervise yourself in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. There now. As you see, I am still in excellent condition. Come on now. I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. Oh. It's on the other side, right? Oh. 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 Was haben wir denn da schön? 19 von 25 haben wir bis jetzt. So. Drei Münzen fehlen uns da, um den Wirt zu entschädigen. Alchemisten-Forschungsbuch. Die Seiten beschreiben in kleiner, fast unleserlicher Handschrift Versuchsergebnisse. Beobachtung von Patienten und unverständliche Symbole. Doch die Komplexität einiger Rezepte ist eindeutig, dass der Verfasser ein echter Alchemist war und gewiss erkenntnisreich. Brief vom Wirt an das Dienstmädchen. Der merkwürdige Alchemist der Allianz, der oben einen Raum gemietet hat, bat uns ausdrücklich ihn während seines Aufenthalts nicht zu reinigen. Dieser alte Narr wird vermutlich vermeiden, dass wir versehentlich seine Fiolen zerbrechen oder was auch immer. Also kümmere dich nicht um seinen Dreck, der Kunde bekommt was immer er will. Okay, okay. Dann können wir jetzt ja den Schaden bezahlen. Hier können wir jetzt mal zahlen. Am Ende des Tages schmeckt Geld immer am besten. Oder ein richtig guter Typ. Er hat eine Band von Ruffians von den Lower Boroughs gegründet. Dangerous Leute. Sie haben eine Storehouse, die ein paar Straßen von hierher. Was ist das Kind? Ein paar, eigentlich. Und sie sind alle illegal und profitabel. Aber du hörst mir das nicht. Nein. In any case, wenn du aufs Recoverin' deinen Kuss, ich würde mich überraschieren, wenn ich dich wäre. Sie sind nicht die Tender-Sauber. Danke für die Information. Auf mit dir. Nein. So. Alte Lagerhauser, dann hoffe ich ja, dass wir ihm helfen können. Boah, Alter, da kotzt er an, das ist ja... Ui, da geht's aber ab. Finde heraus, wo du Konstantin finden kannst. Dann gehen wir mal runter und schauen mal, ob wir hier irgendwas finden. Es ist blockiert. Es ist nicht möglich, gerade jetzt. So, ich glaube... Was ist das denn? Das sind die Quests. Level 1. Leben. Magie. Und wir haben auch keine Punkte, die wir vergeben können, ne? 49 und 200. Ja, das ist ja blöd. Wahrscheinlich müssen wir dann doch rein und... Ja, und schlagen, oder? Gehen wir hier einmal rum. So, wenn du die Schleichmodus befindest, näher... Feind nähert, erscheint über den... Deren Köpfe eine Erkennungsanzeige. Wird deine Gegen... Wird deine Gegenwart bemerkt, füllt sich die Anzeige, bis du schließlich als Bedrohung wahrgenommen wirst, was deinen Kampf auslöst. Diese Anzeige hat einmal aktiviert, nur zwei Zustände. Verdächtig, gelb entdeckt. Okay. Du bist ein Idiot. Es ist sicher, dass er ein Nichts ist. Ein Richtiges Mann. Ui! Wo denkst du, du gehst? Du bist in unserem Territory. Genau, für meinen Cousin tue ich alles. Lass ihn frei. Wie kennst du das? All you need to do is come here and give us orders to get what you want. Looks like we'll need to sharpen our words with our new friends. I'm afraid so. To my help! And death to the others! Plündern ist immer gut. Goldmünzen. So. Gehen wir da mal rein. Mal gucken, ob wir ihn finden. Da muss ja oben irgendwo sein. Vielleicht finden wir ja auch noch was zu plündern. Ja, sehr schön. Ja, sehr gut. Wär auch noch mal ein zweiter Ansatz gewesen. So. Schlüssel verwenden. Well, this has been monumentous, gentlemen. But I have more important things to attend to. An Island to govern? Treaties to sign. Riches to expediten. And a demanding father to increase! Constantin, it's me! My dear cousin! My lucky star! Always there to pull me out of my fires. I do what I can. We're departing soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you, I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Ah. Enough said. Today, we set sail for adventure. If you only knew how these river scum treated me. Do me a courtesy, good cousin. Now that we stand boldly alongside the brave Kurt, let's give them their money's worth. There's no one left to pay, your highness. The brave Kurt and your cousin have already settled the books. Really now? What a shame! I would have loved to have seen that. We have nothing left to do then and to board our ship. And adventure awaits us at the end of the street. Okay, but before we go back, if we can plundering. So. So. Holz hat sich auch geil an. So, öffnen. No, nix mehr. Gucken jetzt nochmal überall. Muss sich ja lohnen, ne? Oh, gut, gut. Überall gute Zeug hier. Oh, eine Schatztruhe. Wähle Konstantin auf den Inventarbildschirm mit links und rechts aus. Rüste Konstantin mit seiner Kleidung aus. Alles bestickte Wams. Konstantin. So, okay, rüsten wir ihn mal aus. Okay. So, Handschuhe. Der ist bereits ausgerüstet. Seine Soldatenschuhe bekommt er. Oder Stiefel. No. Okay, ist sonst noch irgendwas? Genau. Ja, wir haben ihn jetzt ausgerüstet, oder? So, für den Konstantins Kleidung haben wir gemacht. Unten im Keller war noch was. Also, da ging eine Leiter runter, da wollen wir noch mal schauen, ne? Aber hier oben gucken wir auch noch mal. Ja, cool, fangen wir zwei Leuten an, hier zwei schon zu dritt. Oh, wie viel Goldmünzen hier rumliegen, das ist doch schön. Ne, da geht's raus. Da wollen wir aber nicht raus, wir wollen jetzt mal gucken. Hier ist noch eine Tür. Dann. Dann.